Ich glaube, ich probiere es mal hier. Wieder das Gedönse. Na, komm! Nein! Oh! Hat aber noch lange gehalten. Zum Glück war da gerade ein Checkpoint. Eier! 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 Eier Eier! Eier! Eier diese stacheln verursachen große schmerzen und setzen die auch gleich außer gefecht hier noch ein tipp zerstöre die starke mit einem dankeschön ach so er hat den block zielen nein oh sterne naja und das ist jetzt mies genau was jetzt kommt das ist ja riesig hier das stimmt das ist ja riesig hier das stimmt schloss ach sowas wieder hier ist halt auch scheiße eine vase nichts drin auch nichts also den schlüssel drin sein nein 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 ich sollte die immer hier einsperren und dann habe ich meine ruhe aber checkpoint ist das war wichtiger hier schlüssel schlüssel komm bei mich bei angst spieler checkpoint geht es aber los münzen münzen könnte ja mal da komm ich nicht mehr zurück dann eben nichts egal bohos hauptsache endlich beim boss was ist das denn oh gott sehe ich schon wieder genug oh joshi das kind bringt unheil über die bowser-familie also gib es mir hier macht er jetzt hier eine riesenblumen base oh der geister blumen die blaue die er stimmt mich ja in abgrund und schallgeil die alte sau guckt euch den an ok bis jetzt habe ich noch keine ahnung wie ich das schaffen soll die erleben gekriegt immerhin diese sau So, Shy Guy stößt die Blumenvase in meine Richtung. Das ist ja unfair. Oh, wie denn? Bisher mischt keiner an. Achso, ich kann sie natürlich auch schieben. Ich bin vielleicht blöd. Hey! Zwei Shy Guys gegen einen Yoshi. Oh, der Geist guckt ganz... Ist nett gemacht, muss ich sagen. Ist sehr nett gemacht. Ich komme nicht auf die einfachsten Ideen her. Selber mal schieben. Oh, das war's. Das war ja einfach. Man muss es nur erst mal wissen. Zu schön. Zu schön. Welt 2 ist geschafft. Nach Ewigkeiten. Naja, schlecht wie immer. Egal. Nächste Insel. Gibt es erstmal eine Fahne wieder. Welt Nummer 3. Fangen wir auch schon mal ein bisschen an. Mit Affenterror. Was kommt jetzt? Donkey Kong auf Abwägen. Hm. Donkey Kong für Arme. Hihi. Hihi. Wie immer weiße habe ich nichts zum Werfen. Ach, wie süß. Eigentlich zu schade zum Essen. Affenragoo. Komm her. Hey, hauen ab. Sterne. Punten Blöwenschicht. Au. Herkomm. Nein. Nicht ausspucken. Fressen. Sehr gut. Das gefällt mir wieder. Solche Levels. Das macht Spaß. Hey, der will was. Eine Melone. Ah, jetzt kann ich wieder. Bop, 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 bop. MP-mäßig schießen. Hm. Chippoint. Gerne. Gerne. Dü-dü-dü-dü-dü. Dü-dü. Hey, Affe. Affe. Cheetah. Hey. Hey. Nicht absaufen. Affe sind ein bisschen nervig. Melone. Melone. Hey, der spuckt zurück. Langsam werden sie unverschämt. Melone. Und da fressen selber Melonen und spucken dann zurück. Unverschämtheit. Blume. Das Level ist eigentlich sau einfach. Könnte man meinen, es wäre in der ersten Welt. Bisher ist es schön, sehr schön zu machen. Das macht mir wieder Spaß. Komm, schmeißt eine Melone. Ah, du hast eine. Komm her, meine Schatz. Komm her. Meine Melone. Ich schieße dich von deiner Liane. Och, der Arme. Sie sind ja viel zu goldig, um sie zu killen, die F-Sche. Baby. Das Baby würde ich gerne machen. Nein, okay. Entschuldigung. Meine gehässigen Gedanken. Stipsch. So, Sicherheit. Hey, meine Melone. Gibst du mir meine Melone mehr? Hey. Tak. Tak. Unachtsamkeitsfehler. Ich sage mich in der schraus Place. Du oh. Entschuldig. Ich sage mich auch an.